Ohohohoh! Oh. Oh. Wir spielen Happy Wheels! Unsere erste ist... Pretty Motherfucker. Cool. Und wir spielen jetzt einfach mal gleich das erste Rektor. No. Wir spielen gleich mal das. Das ist das. Okay, und was ist das? Lesen. Aber das funktioniert nicht. Ach so, Horsley ist der Start. Okay. 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 Wir spielen gleich. Stirbt. Was ist das? Das ist Feuer oder? Ich hab das schon mal gespielt. Oh yeah. Oh ja. Uah. Uah. Du sollst mich hoch. Ich weiß. Ich geh das jetzt so hoch. Otch. Du sollst mich hoch. Uah. Ist das stimmt. Dann haben wir noch die andere Männchen. Hm. Ha. Stirbt. Ohhhh, cool Essen Ahhhh, ok Interessant Segway Ich bin am Anfang nicht drüber gekommen Ich hab's am Anfang auch nicht geblickt Ach so, da muss er denn Der macht das kaputt Der Armerhelm, nein Oh, tief Also nur damit jetzt wisst, machen wir das Spiel und die Anna guckt zu Die Opfer Du Verkackstchen Ich hab das mal voll gut gemacht, aber Naja Ich hab das noch nie gekonnt Ich hab das einmal gespielt, aber ich hab's noch die Rache wieder aufreicht Und was ist das Ziel davon? Ja, dass der verliert, guck so wie jetzt Ha, ja du Lose Ja 13 Sekunden ist das nicht Ja Ja Ich kann nicht mehr aufreicht Pum, Pum Pum Das ist das einfach Bum Fies open, yeah Stirb 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 Aua. Du weißt, du hast recht gegen die Stadt und du zippt dir einfach. Ja, oh ja. Praktisch, ne? Anibis. Stirb. Stirb. Scheiße. Jetzt. Das müssen wir nicht auf. Au! Hilfst noch? Nein. Nein. Ach, da kommen Pfeile. Ich dachte schon, da spießt mich da immer auf. Ups. Hi. Ja, genau. Stirb. Was auch immer, man beeinsamt mich. Ach, wir teilen das Licht an. Ja, die können dann das Licht auf diesen Knopf übergehen. Ach. Stirb. 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 Das ist ein Schrei. Auf zu. Doin. Nein. 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 Ich bin schon einfach voll bei. Ich hab das Level ohne gespielt. Ja, ich hab das schon mal gespielt, deswegen. Ach. Oh. Oh. Stirb. Nein. Nein, Kimi! Oder wie auch immer dieses Kindheit. Was ist das? Nein. Wir haben eine Potion, die sich her schaffst. Nein. Wir haben die Magik. Nein. Nein. Ja, wo krieg ich jetzt den hier her? Ich komm nicht mehr vorwärts. So macht das Leben Spaß. So fahr ich auch immer rum. Nein, nein. Hast du doch ein Sterben? Ja, warum? Au, nein. Ich muss auf mich auch fahren. Ja, aber ich darf nicht sagen. Wow! Lieb's noch? Ja, natürlich! Okay, willst du? Okay. Tschüss, ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh, ich kann auch nicht mehr. Cool. Ich kann nicht mehr. Oh. Was machst du? Ich muss da doch nicht runter. Oder? Doch. Doch. Ah! Mach ich noch mal das durch! Ja! Dann schlägt sie wieder so. Nein! Ich häng einfach da so da mit meinem weglosen Stück. Kaffee. Ja. Kann ich noch meine Füße wackeln? Nein. Die Maus ist im Weg, oder? Ich habe das Speer eingesammelt. Ach nein. Ist das irgendwie so ein Spiegel oder sowas? Ich habe auch Füße als Speer. Ja schon. Ach, das ist nur der Einflug. Ja genau. Ach so. Der Fuß von dem Kind. Oh nein. Nein. Das ist so knapp. Ich nehme nur mit der Nase drin. Okay. Guck, ich taug. Ich muss mal ein anderes Leben wieder. Ah, ich habe beim Pieckstrafen auch. Äh, darf ich nochmal? Das ist ganz einfach. Ich habe dann mal den Pief überholt. Nimm den Opa! Ja! Ich nehme nur mit der Zwolle. Nein, der Opa. Der ist mit uns der Villa. Oberlinz, ja. Ja. Alter, war das Teil. Nee, ich griff. Bitte. Ja, du musst fahren. Ach so, geht das nicht. Jetzt. Mit Space kann man nicht Vollgas geben. Oh. Ja. Ich schaff's einfach nicht. Äh. Ja. Ich will meinen Fuß mitnehmen. Können wir das mitnehmen? Ja. Das sind die Arme. Ja. Ich schaff's jetzt ja mal. So. Ja. 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 Okay. So. Oh, Ente. Ich hab da mal so was eingegeben, so Taddle zum Beispiel. Ich hab da mal so was eingegeben, so Taddle zum Beispiel. Jaaa, gib Vollgas oder so, also ja. Bin die Brau. Ich hab grad einen Fuß gemacht. Ja. Wo steht er? Ja. Oh. Äh. Ach so. Oh. Meine Wienste steckt hinter mir. Muss ich da jetzt mitwärts fahren? Ja. Ja. Das heißt, dass da so was ist. Ich hink. Oh, do you want to go? Puls? Irgendwas? Puls? Puls? Also vorwärts? Ja. Und dann geht er mal zurück. Mhm. Ja. Ja, aber trinkt er mal drauf, oder? Trink nachher? Keine Ahnung. Trink nachher? Keine Ahnung. Trink nachher? Ich schau's heute. Komm. Ja, ich versuch mal da irgendwas aufzulegen. Ja, das ist auch nicht so. Ja, das ist auch nicht so. Ich hab' mir gedacht. Ja, ich hab' mir gedacht. Ja, ich hab' mir zurückflenkt. Ich hab' mir zurückflenkt. Ich hab' mir voll geil, aber ich geh' einfach nicht. Ja. Vielleicht kommst du ja nochmal in den anderen Aktiv. Ich hab' mir gedacht, ich weiß nicht. Äh. Ja. 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 Kommt mit Segway raus, äh, rein. Und kommt ohne Segway und Arme und Füße raus. Ja, Friesa hatte mir voll riesig. Ruff. Ruff. Wurf. Ja, genau. Guck mal. Ruff. 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 Oh, man kann da sogar hüpfen. Das wüsste ich gar nicht. Warte. Ruff. 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 Störe! 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 Hast du den Kopf gezogen? Ja! Guck mal, das ist einfach der Teil da. Sieht aus wie eine Glocke. Okay, dass du da warst. Nicht okay. Die Frau blutet da, ich muss sie retten. Ja, genau. Perpest. Perpust, du musst irgendwas pushen. Nein. Ja, genau. Hi, Sarah. Ähm, Lady. Oh. Ah. Ja. Komm zu mir. Schon brennt es dick bei dir. Der eine Fußeindruck. Oh, eine Zwischenkolle. Wie hier? Das ist ein Balkon, aber ich... Oh Mann, ich wollte mir die Füße behalten. Ich glaube nicht. Ja. Ich hatte das Raddürfe. Ich würde mich nicht... Pfff. Mein Füß. Auf jeden Tag. Ähm. Fahr mal zurück. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Oh nee. Mann. Ich kann... Du wohnst, du warst gefahren. Ja. Einmal... Keine Ahnung. Warte. Ich darf's. Boah. Ja. Ich hab mein Fuß weggehauen. Okay. Das schwimmt, Alter. Das schwimmt, Alter. Nein. Das schwimmt, Alter. Der bewegt sich ja gar nicht mehr. Ist das hier? Boah. Ey, die ist auch schon wieder. Der Ball. Hier der Ball. Hier, nimm den Ball. Ich hab gedacht, das fällt jetzt auf dem Ball. Ah, nein, scheiße. Ich hab's falsch gemacht. Wieso? Da kommt man ohne den Ball nicht drüber. Ich kenn das, glaube ich. Wo denn? Das Ding ist auf dem Ball eigentlich. Wo? Dann können wir dann überschancen. Ach so. Ich darf auch gucken, wir wissen, der Ball ist mit uns nicht. Sollen wir den Hals machen? Ja, den Hals. Okay. Sollen wir den Hals machen? Willst du? Zum Abschluss? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Welches? Kleine ist das Ding. Wo ist das? Oben. Hast du das schon mal gespielt? Das kann man draus? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich mach nur mal. Das wird's guter. Wie ist das? Schweizer Tal jubelordnig. Oh nein. game. Oh nö. Ich kann so langsam fahr控iffern. Hobby geht's mehr so wenig. Okay. Weil du vielleicht immer move langsinnig bist. Vorsicht! Ja dann geht der darum ... Oh ... Ok. Ich hab das schon mal nicht durch. Da komm, dann spinnen! Das ist richtig widerlich. Guck mal, da nimmt das Kind mit. Und jetzt nimmt es mich mit. Stirb! Nochmal. Ich hab den Untergang gesehen, aber das war anscheinend zu aufwendig. Ja. Ja. Ok. Komm mal drüber. So, so. Nein, so. Ja, ja. Und jetzt kippen. Oh. Ich kann nicht hüpfen. Ja, mit dem Fahrrad kann man nicht hüpfen. Ja. Ja, jetzt geht es los. Wie denn? Ja, den Sie uns vor einem Teil. Ja, mit dem. Du bist dran. Du bist dran. Was? Essen. Essen. Was? Dammit! Bäm. Du kannst nicht hüpfen. Ich will mich trotzdem mal wieder. Ach so. Kipp. So jetzt nach hinten kippen. So und dann kannst du so ein bisschen so... Ja. Na ja. Soll ich mal? Na ja. Ok. Oh. Ja ja. So guck, siehst du, so macht man das. Hast du gesehen? Nein, hat sie nicht. Ja. 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 Oh. Ja. Du bist vorher gestorben. Okay. Noch einmal. Dann müssen wir Tschüss sagen. Dann müssen Sie schon 20 Minuten. Die Zeit wird nehmen. Die Zeit wird nehmen. Oh. Die Zeit wird nehmen. Oh, nein, nein, nein. Wow, was war das? Wow, war da noch aufhörlich. Flieg! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Ja! Yeah! Oh mein Gott! Obwohl, du musst da rein. Nicht, aber noch rein. Ich glaube, es war nicht geplant, dass du da rauskommst. Du hast sogar noch den Helm verloren, du. Oh Mann! Es hat mich zerfleicht. Und mit diesen schönen zerfleichten Menschen sagen wir tschüss. Tschüss! Ja!